Deutsch A1 Das Geld In meiner Geldbörse habe ich ein bisschen Bargeld. Ich habe zwei Geldscheine und ein paar Münzen. Der Geldschein ist zerknittert. Hast du ein paar Münzen dabei? Welche Währung ist das? Der Kurs ist gerade 1 zu 35. Ich zahle meistens mit dem Handy. Was zahlst du mit der Kreditkarte? Eigentlich zahle ich am liebsten Bar. Ich gebe sehr viel für meine Miete aus. Wofür gibst du viel Geld aus? In meiner Geldbörse sind auch viele wichtige Karten. Ich halte den Geldschein in der Hand. Ich habe zufälligerweise ein paar Münzen ganz unten in meiner Tasche gefunden. Weiter geht's! Ich halte die Karte. Ich halte die Karte. Ich halte die Karte.